Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Rokorti. Wir spielen heute Overwatch. Und zwar den Ranglisten-Modus. In der letzten Aufnahme hat es ja ganz gut funktioniert. In der Rangliste hat er ein richtig gutes Team. Mal schauen, wie es heute so wird. Kai ist immer noch auf dem Deichbrand-Festival und Chris ist... Keine Ahnung wo. Weiß immer, der auch macht. Der macht irgendwas anderes. Egal. Aber wir wollen ja ein bisschen Tryharden heute. Und zwar auf der Route 66. Alles klar. Das ist ja unfair. Zwei Premates. Zwei mal zwei Premates gegen... Voll random. Okay, mal gucken, wie das so wird. Ja, mittlerweile Rang 49. Okay, Verteidigerseite. Jetzt spielen wir... War das ein Hund? Ist aber nicht mein Hund. Okay. Wir haben mal den Soldier, ne? Haben wir ja lange nicht mehr gespielt. So, auf geht's. Ja, ist doch ein ganz gutes Team. Lucio, Anna, Reinhardt, Junkwet und Roadhog. Schauen wir doch mal hier. Route 66. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht auf dem Kanal gezeigt. Das heißt, es ist sogar eine Premiere. Achso, natürlich. Erstmal Hallo sagen. Hallo, Leute. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wenn so ein paar Leute dieses Hallo-Emote zurückmachen, weiß man zumindest, dass sie erst mal anwesend sind. Wir gehen etwas weiter nach hinten. Schauen, ob wir hier ein paar Kills bekommen. Aus der Distanz. Okay, da ist Diva und da oben Genji. Oh, ich hasse es, gegen Genji zu spielen. Und Pharah. Boah. Ja, Diva, was los? Ja, geh erst mal in deine Hürde zurück. Wer ist denn Genji? Boah, ich treffe den nie. Das ist schlimm. Oh, mein Gott. So. Boah, wen haben die denn alles? Hanzo, Genji, ey. Als ob. Roadhog. Nice. Okay. Egens hat er auch die Kill da geholt. Boah, ich bin so schlecht. Ist das schlimm. Aber offensichtlich bin ich ja eigentlich so gut. Was greift man jetzt hier? Oh, killt hier nur jemand. Nice. Sehr gut. Ah, Lucio war ganz low. Hier ist die Pharah. Oh, ich wollte gar nicht runterhüpfen. Toll. Ah, verdammt. Pharah. Okay, nice. Okay. So weit sind die schon. Holy shit. Und dann der Genji wieder. Okay. Flucht. Genji hat seine Ulti. Der ist doch hier, ne? Boah. Reinhard. Mach den mal. Dann mach ich den halt. Oh, Double Kill. Warum schießt der denn nicht? Oh, Reni raus. Uff, okay. Gerade noch so geschafft. Oh, nein, 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 nein. McCree-Ulti. Da wollen wir nicht reinlaufen. Schöne Ulti vom Reinhardt. Bekommen wir einen? Nein, bekommen wir natürlich nicht. Boah, heute mit dem Aim ist aber auch wieder mal super geil. Oh, die Pharah da oben. Ah, fast die Rakete getroffen. Darf doch nicht wahr sein. Jetzt nervt der Genji wieder. Oh. Okay. Wo ist das Team? Wo ist das Team? Warum waren auch mal so viele Gegner? Und keiner von uns. Ja, please no Sniper, würde ich auch mal sagen. Wow. Das ist ja eine tolle Runde hier. Oh, da kann es ja nichts machen, wenn der Genji ins Gesicht sprengt. Hat der echte Rakete abgeblockt. Oh, Mann. Okay, da fahren sie. So, jetzt geht's los. Zack. Wie jetzt? Wie konnte der mich denn killen? Ich hab dich im Visier. Als ob. Oh, wir bekommen hier echt ins Gesicht einfach nur. Okay, Pharah be... Das ist doch unfair. Das ist einfach nur unfair. Da kann man nichts machen. Oh. Ja, mit so einem Team, da kann man nicht gewinnen. Ich hab zwei Goldmedaillen, aber das reicht hier auch nicht. Hallo, auf den Punkt. Sonst ist es hier gleich vorbei. Hier, der Genji. Mach den doch mal. Der ist nur am nerven da hinten. Und keiner war natürlich auf dem Punkt drauf. Oh, Mann. Sind das Idioten. 0 zu 3. 0 zu 3. Okay. Es ist noch machbar. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Aber ziemlich schwer. Wir nehmen jetzt mal Senjata. Wenn es schlecht läuft, Senjata. Hoffentlich. Long rank. Wer ist denn das? Okay. Egal. Auf geht's. Drei Punkte müssen wir mindestens holen. So, fünf Sekunden noch. Sehen wir irgendjemanden? Noch nicht. Im Autor geben wir vor. Oh ja, der Soldier von der Seite. Ich geh erstmal lieber wieder heilen. Ist auch noch ein Rotor hier bei uns. Als ob. Ja. Nie im Leben hat der Hook getroffen. Das will ich aber nochmal sehen jetzt. Nee. Nee, 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 nee. Schmerz ist ein hervorragender Leer. Okay, die Gegner wissen aber auch, wie man hier spielen muss. Ist das Ding. Wo ist denn Hopp? Ja, so, da ist der Genji. Okay. Hat sich geheilt. Das ist krass. Oh, ich hab mein Hulchen noch gar nicht. Jetzt. Ich dachte, ich hätte sie schon. Aber nein. Da fehlt noch ein paar Prozent. Das war ja richtig nur weg. Wo bleibt die Jungle-Wid-Ultie? Ich hör sie doch noch. Das hat doch wieder nicht getroffen. Was ist denn das? Als ob. Als ob. Sowas dreht richtig auf. Immerhin pushen wir ganz gut. Zu halb. Jetzt der Roadhog. Nice. So, wer braucht ein Heal? Keiner. Das ist doch gut. Wer hat die Ulti an? Der Soldier. Wo ist er? Nicht mehr da. Ja, Anna. Komm her. One V, one V, Scrap. Gegen die Saria komme ich aber nicht an. Oh. Gefangen. Oh. Was war das? Egal. Oh, ja, sicher. Nice. Was ist denn jetzt? Wow. Diese Ultimate. So, wer braucht ein Heal? Keiner. Nice. Sehr gut. Und... Ja, Soldier, du... Okay. Er ist auch weggekommen. Jetzt der Roadhog. Zack, da geht er down. Und Anna hinterher. Fünferkist. Wir gehen jetzt schnell weg von der Drunk-Red-Ulti. Nein, 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 nein. Wo geht sie hin? Da unten, der Soldier. Der geht auf mich, oder? Da kommt's. Okay, ist bei unten. Oh. Wie hab ich den noch bekommen? MLG. MLG. Oh, Saria. Ja, wollen wir nicht zu nahe kommen. Mach was, Roadhog. Nice. Double Kill. Sehr schön. Weiter geht's. Die Fracht muss noch gepusht werden. Oh. Ein anderer Senyata. Mal gucken, welcher besser ist. So, Tür auf, bitte. Dankeschön. Wir brauchen Heal. Keiner. Alles klar, weiter geht's. Ah, Roadhog. Mein Kollege. Mal gucken, wie deren Verteidigung aufgestellt ist. Oh. Einfach ins Gesicht getreten. So muss das. Oh, Roadhog braucht hier wahrscheinlich etwas Hilfe. Gegen wen auch immer. Oh. Schnell die Ulti an. Für die Teammates. Um nicht so viel Schaden zu kassieren von der... Soldier-Ulti. Oh. Der Genji. Der kommt etwas nah ran. Und... Junk mit Ulti schnell weg. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Okay. Nice. Ja, der Roadhog, der braucht Hilfe. Hat er... Okay. Den Heal hat er bekommen. Jetzt Junker. Da wird er weggesniped. Nein, doch nicht. Okay, doch. Ist down. Oh, jetzt der Roadhog mit seiner Ulti. Aber er schafft es, glaube ich, nicht mehr. Denn die Fracht... Jawohl. Ist auf dem Zielpunkt. Sehr schön. 15er Killstreak. Nice. So, jetzt kommt der Coinflip. Welche Seite bekommen wir Angriff? Ne. Verteidigung. Wow. Was ein Pech. Okay, Verteidigung. Mercy, please. Alles klar. Dann spielen wir mal Mercy. Das Problem ist, wenn wir jetzt... Dieses Spiel verlieren sollten... Dann wäre ich wieder Level 48. Also Rang 48. Oh, shit. Wo kommt dieses Hundemällen her? Egal. Auf geht's. Das müssen wir jetzt einfach halten, vorne. Ich glaube, die Gegner haben... Eine Minute 30 Zeit. Oder 35. Die müssen... Bis hier vorne hin pushen. Glaub ich. Ja, bis zum ersten Checkpoint. Unterstützung ist da. So, was wäre jetzt die Team-Taktik? Ähm... Okay. Reinhardt will hier... Alles schützen. Okay. Mal gucken, wie das so funktioniert. Erstmal hoch... Und... Den Bastion boosten. 50% extra Damage. Das ist doch mal nice. Aber ich glaube, jetzt kommen die mit Genji und Tracer. Das ist eine richtig blöde Kombi kommt jetzt. Oh, da braucht jemand ein Heal. Da bin ich ja sofort dabei, wenn jemand ein Heal braucht. Jetzt Reinhardt oben. Wird auch voll geil. Oh, Rotog. Ist auch nicht mehr ganz so gesund. Lauf doch nicht vor mir weg. Hier, Farah. Jetzt Reinhardt. Jetzt Bastion. Und... Kommt der noch weg? Jawohl. Sehr schön. Weiter Reinhardt schieben. Oh, Rotog. Bekommen wir den noch durch? Ah... Okay. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Schön hochheilen. Kurz den Bastion boosten. Okay. Einer ist schon down von uns. Oh. McCree von hinten. Sollte aber, glaube ich, kein Ding sein. Hoffe ich zumindest. Oh. Bastion is down. Shit. Kurz zwei reviven. Hat das das gebracht? Ich weiß gar nicht. Oh. Oh nein, 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 nein. 15 Sekunden noch. Oh. Jetzt wird es ein bisschen knifflig. Oh. Nein, 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 nein. Da kommt ein bisschen viel hier rüber. Aber wir hatten das nice gecleatet von uns. Oh. Dann durch die Granate. Ist das bitter. Wegen sowas stirbt man dann. Los, Team. Ihr packt das. Ich zähl auf euch. Ich will keinen Downrank bekommen. 48. Das sind die ganzen Noobs. Komm schon. Ihr müsst es halten. Auf geht's. Auf geht's. Die Puschen zu dritt. Bastion. Ich wähle dich. Oh. Die Farrah, die muss überleben. Nein, nein, nein. Runter, runter, runter. Oh. Okay. Wo ist denn die Farrah jetzt hin? Ich päpfe dich wieder. Los, Farrah. Mach Schaden. Los. Irgendwas. Nicht sterben. Oh. Warum bin ich denn hier so... ...da drinnen? Einer muss drauf. Einer muss drauf. Haben wir das? Oha. Wir müssen drauf. Wir müssen drauf. Wir müssen drauf. Oh. Der Wotog muss geheilt werden. Oh. Betäubt vom McRee. Der Kampf von hinten. Das darf nicht wahr sein. Nein. Wie kann das sein? Wir haben das so gut verteidigt. Ah. Das ist doch Bullshit. Jetzt mal ehrlich. Ja, zeig mir mal, was hier Phase ist. Wann kommt die Ulti, ist die Frage. Ah, da kommt sie. Tja. So schnell verliert man die Spiele. Und natürlich keiner von uns hier zur Auswahl. Ach. Das ist doch richtiger Dreck einfach nur. Sind wir ehrlich abgestiegen? Level 48. Ich glaub das nicht. Bronze, Silber, Gold. Alles bekommen. Oh. Mal Erfolg für die Karriere. So. Wie weit sind wir abgestiegen? Oh. Nee. Okay. Das geht noch. Aber trotzdem. Es ist traurig. Da spiel ich dir doch glatt ne traurige Weise. Auf der kleinsten Violine der Welt. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. нужnen Sie in der Landais이� Reaganmentsphсяч. bitte nicht grattern. Was ist das was,ESSIGHT? Vielen Dank. Schwenker. ッ